Fünf Jahre Begegnungszonen in Liestl. Stefan hat eingeladen und er hat nicht zu viel versprochen. Eine grosse Party ist im Gang. Stefan, mal ganz kurz, wie ist das überhaupt dazu gekommen, die Begegnungszonen ins Leben zu rufen? Was war der Push, den er gegeben hat? Wegen meiner Mütter, weil sie hier geschäft hat. Und ich habe eine riesige Freude, dass es hier besteht, belebt ist und bewegt wird. Aus diesem Grund. Was macht denn Begegnungszonen so unter dem Jahr? Du hast ja immer wieder Aktionen, die dann auch springen wollen, oder? Seit fünf Jahren haben wir wahnsinnig viele Anlässe. Es kommt mir schon vor wie 20 Jahre. Es ist unglaublich, was wir alles auf den Kasten gestellt haben. Wenn ich schon die History anlüge auf Google und suche mich, Stefan, eure Begegnungszonen, da siehst du, was wir alles gemacht haben, in welcher Zeitung wir gekommen sind und, und, und. Es ist einfach unglaublich, was wir angelegt haben in dieser kurzen Zeit. Dürfen wir dann sagen, wir erwarten jetzt die nächsten fünf Jahre? Ich hoffe es. Ich bin bereit und ich habe ein Herz für das Baselbeet und ich freue mich darauf. Verfolgen Sie auch das weitere Programm natürlich auf www.bz-lischl.ch. Wir entwickeln uns ständig weiter mit unseren starken Partnern, wie auch ihr seid. Wir freuen uns auf euch. Dann muss ich noch einen dranhängen. Das ist noch wichtig, auch generell. Sonst im Städtli ist auch immer März am Samstag. Am 1. Juni gibt es schon wieder das nächste Fest. Ein Anlass nach dem anderen und Liestl flanieren. In den Geschäften ein bisschen reinsteigen. Und etwas Tolles finden. Das passiert hier jedes Wochenende.